Hallo Robin, wie geht's dir? Gut. Das finde ich ja klasse. Sag mal Robin, wie alt bist du eigentlich? Fünf. Fünf Jahre und dann traust du dich ja schon auf die Bühne? Ja. Muss ich sagen, finde ich klasse. Wie heißt denn dein Lied? Der kleine Hund. Der kleine Hund. Kann ich da ein bisschen mitmachen? Ja. Okay Robin, also dann fang mal an. Der kleine Hund, der spielt mit seinen Pfoten. Aber nein, das ist doch nicht verboten. Alle Pfoten in die Hüte, das ist einfach wie ich seh. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, sind die kleinen Pfoten weg. Alle Pfoten in die Hüte, das ist einfach wie ich seh. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, sind die kleinen Pfoten weg. Zwei Krokodile, schwimmen auf und nieder. Sie sind stumm und singen keine Lieder. Schwimmen hin und schwimmen her. Das ist einfach wie ich seh. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, sind die Krokodile weg. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, sind die Krokodile weg. Der kleine Storch mit seinen langen Schnabel. Rauch zum Fressen, wie bei seiner Gabel. Er strattiert ganz elegant, manchmal durch das ganze Land. Aber plötzlich, ach oh Schreck, ist der lange Schnabel weg. Er strattiert ganz elegant, manchmal durch das ganze Land. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, ist der lange Schnabel weg. Der kleine Hade wackelt mit den Ohren. Denn er hat ein Osei verloren. Er schaut hier und er schaut da. Leider ist es nicht mehr da. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, sind auch seine Ohren weg. Er schaut hier und er schaut da. Leider ist es nicht mehr da. Und dann plötzlich, ach oh Schreck, sind die kleinen Ohren weg. Ja! Robin! Gut gemacht. Dankeschön, Robin. Na, dreh dich doch nochmal um und klinke nochmal zum Publikum. Tschüss! Und ab mit dir, Dankeschön. Gut gemacht. Haha.